Fast abgeschmatzt, genau. Der Pasi ist auf dem Wichsgrotchen hier zugange. Guckt euch dieses Bild an. Fast abgeschmatzt? Tja, so ist das. Ja, zu Gast Pasi und Marc. Ja, sie ist auch. Der Marc auch dabei. Zu Gast, äh, Gast aufs Plett und, ja. Ja. Geht in alter Frische geht's weiter. Schauen wir mal, wie das weiter geht hier. Schauen wir mal, was die Manche so sagt. Ich hab ihn extra gerade noch mal gefragt, hast du heute Morgen eh so gebumst? Und er sagt nein. Dann kriegst du auch Riesengewinne. Oh, der sortiert schon. Guck mal. Ups. Schmalig. Ja, nun aber das Symbol ist doch gut. Ich meine, das ist so. Ja. Das ist so. Ich meine. Das ist so. Das ist so. Das ist ein Mann auch schon damals in der Vergangenheit kaum, äh, also kaum verloren in der Vergangenheit. Selten. Das ist ein schönes, gutes Spiel. Der will ja im Brand heute wieder raushauen, den er gemacht hat heute in Breinbachhof und hat fressen. Der will alles wieder mitgeteilt. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Das ist so. 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 So, aber da soll jetzt mal richtig vollkommen. Bleiben ja vorne stehen, ne? Du hast den Trigger gehabt vorher, ne? Oh, guck mal, oi, jetzt geht die Lampe aus hier im Laden. Alles voll, außer... Ja, jetzt geht die Stromversorgung. Aber eine gute Serie, ne? 110 Euro, schön. War das ein guter Tipp? Ja, weil ich 90-10 spielen wollte, kann man ja ganz schön wieder nichts. So, ihr seht, ist der Wein schon auf Temperatur. Und lege ich den Wein gleich nochmal ablegen. Ja, ich bin gerade am Medienhafen. Ihr kennt da ja ein oder andere die Location hier. Am Hyatt und... Ja, ist ein blau-weiners Lüftchen draußen noch am Wehen. Vom Winter noch keine Spur. Die letzten Tage noch genießen, bevor es kühler wird. Ja! Wir sehen uns in alter Frischer, Leute. Und immer schön sauber unten rumbleiben. Wiener Schnitzel bei XXL Möbel. 7,90 Euro. Ja, da ist schon ein Flatschen, ne? Ja, sehr lecker. Ja, man hat ja auch oft zu mir gesagt, wie soll man jetzt keine Flatschen ausprobieren. Danke. Gerade noch ein bisschen mit der stabilen Lage geplaudert. Ja, der ist auch ein YouTuber. Und der Rauch gerade hier drin ist ein bisschen... Und da ist uns Pascal ein bisschen gelacht. Geht weiter die Reise jetzt hier auf den Tisona Channel. Und... Schauen wir mal. Päuschen vorbei und... Ja... Hier gibt es jetzt mal eine schöne Rutsche. Ja... Bis jetzt war... Also... Das Ketter kam oft ran, aber es ist leider nichts passiert. Schauen wir mal. Ja... Tja... Du siehst jetzt selber gleich wieder Halbzeit. Es waren die drin. Zehn hat schon wieder fast gefressen. Und... Es ist nicht so wirklich was passiert, ne? Aber... Das Fernsehprogramm ist ja auch nicht spannender, wenn man es mal so sagen darf. Ach... Dreck's auch. Ich bin mal abends nach Hause gekommen und gucke mir auch immer den gängigen Scheiß. Da habe ich früher mal geguckt. Mittlerweile gucke ich mir eigentlich auch nur noch zwei Sender an. Und dann gehe ich meistens auch auf YouTube. Schon unterhaltsamer als der ganze Dreck, der da läuft im Fernsehen. So, Halbzeit. Also ich persönlich, von meiner Seite her, fang jetzt immer nur mit 20 Cent an. Ist mir aufgefallen. Meistens... Und damit eigentlich bessere Erfahrungen gemacht. Ist 30, 40 Cent so. Sagt der Mann, der macht auch 30, 40 Cent. Ist nicht gut gekommen. Da war man eigentlich nur mit diesen Lade-Geschichten dazu gange. Und meine da schon, von meiner Sicht, der 20 Cent der beste Start ist. 10 Cent ist ein bisschen zu dünn. Die meisten haben auch mal allein gestiegen. Aber das ist ja im Grunde genommen egal. Aber wie sagt man, so 20 Cent ist schon der geeignete Einsatz dann nur zum Starten erstmal. Zwar nicht raufladen. Und dann mal laufen lassen. Dann sieht man ja, ob die Kiste billig ist oder nicht. Hier müsste eigentlich drin sein. Ob nicht. Ja, Pause vorbei. Neuer Block wieder. Komm Baby. Jetzt müssen wir機 회ffen. Echt? Dann ach B estos. Ok. Ja, das tut er nicht schwer, glaube ich. Und, Baby, komm rein! Ich glaube, der wird jetzt wohl nicht mehr reinkommen, wenn ich noch fast was drauf ist, dann weiß er es. Aber vom 1. bis zum 5. fand ich das krasser. Da hat es ja gar nichts gerecht. Da kam es überhaupt nicht mehr rein. Aber es sind ja noch ein paar Videos sicher gar nicht hoch. Ich habe dann irgendwie 30, 40 Videos nach dem Background schon gedreht und könnt ihr euch das selber anschauen. Da kam es überhaupt nicht mehr rein. So ein krasser Lauf. Das ist wirklich deftig. Gibt es da einen Orgasnus am Gerät oder war ich da los? Das ist wahrscheinlich normale. So Leute, Ende schon besiegelt. Und letzte Chance. Und Ashtet. Hier machen wir die künstliche Verlängerung. Leichtes Aufbauen nochmal. Ja. Schmutzbild auch noch zwischendurch mal eben. Drei dreckige Könige, die grinsen noch. Naja, vielleicht fängt er sich ja wirklich nochmal. Man weiß ja nie. Komm. Ich habe gerade schon vermutet. Zeit jetzt immer und geh nicht rein. In dem Gelände. So. Wir sind jetzt gerade eine kleine Absteige gemacht. Die sind mit Vasi auch dabei. Im Breitenbacher. Kommen wir gerade hier. Breitenbacher Hotel in Düsseldorf. Und ja. Auf dem Käffir mal. Ganz gemütlich. Aber ganz gemütlich. Schöne Location. Ja. Schauen wir mal. So. Ich bin jetzt hier gerade an der Königsallee. Breitenbacher Hof. Wie jeder unschwer erkennen kann. Und ja. Hier ist die Prominenz am Shoppen. Und einen anderen Teller voll Scheiße hingestellt. Ja. Ist auch mal ehrlich zu sehen. Schönen Tag.